Achtung, Achtung! Folgendes Video basiert auf Waren die Texten. Sie wurden nur ins Deutsch übersetzt. Die Rechte dafür haben die Künstler, auch wenn man das kaum glauben mag. Sollte sich jemand persönlich angegriffen fühlen, denkt daran. Das ist alles nur Spaß. Oh, hallo. Gut, dass ihr schon hier seid. Ich habe euch gar nicht gekommen gesehen. Ich habe heute was Besonderes zu erzählen. Und setzt euch bitte mal hin. Na, kommt schon. Setzt euch hin. Und diese Geschichte kommt aus dem großen Buch der Unterschätzten, die Texte. Als wäre es heiß von Schnüffelnder Hund und Philipp Wilhelm Wenn der Zuhälter im Haus ist, alter, lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Wenn die Schweine versuchen, dich zu kriegen, stell es ab, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Und wenn ein Freund afroamerikanischer Herkunft schräg drauf ist, knall drauf, als wäre es heiß. 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 Ich habe die Rolex am Arm, unverschüttete Champagner. Und ich roll das beste Unkraut, denn ich hab's drauf. Oh, ich bin ein netter Kerl, mit ein paar netten Träumen. Siehst du, diese Eiswürfel. Siehst du, diese Eiscreme. Ein geeigneter Junggeselle mit einem Millionen-Dollar-Bot. Das ist weißer, als das, was deine Kehle runterdrückt. Das Phantom, außen wie Fischeier, innen so rot wie das Handgelenk. Eines Ersten Mörders. Ich kann dich unterrichten. Ich kann ein Sportlehrer sein. Betrüge deinen Mann, Alter. Dann wird's richtig heiß. Bin ein Mörder mit dem Beat. Und ich kenne auch Mörder auf der Straße. Mit Stahl, der dich wie ein Chinchilla in der Hitze füllen lässt. Also versuche nicht, mir ein Gespräch auf Ohr zu drücken. Und mich mit all diesem Müll vollzulabern. Versuche mich nach diesem Müll zu fragen. Wenn meine Freunde afroamerikanischer Herkunft ihr an die Wäsche gehen, werden sie von dem ganzen Müll nichts mehr für mich übrig lassen. Du solltest darüber nachdenken. Nimm dir mal eine Sekunden Zeit. Tatsache ist, du solltest 4B nehmen und überlege es erst, bevor du dich mit dem kleinen Skateboard P einlässt. Wenn der Zuhälter im Haus ist, Alter, lass es fallen. Als wäre es heiß. Lass es fallen. Als wäre es heiß. Lass es fallen. Als wäre es heiß. Wenn die Schweine versuchen, dich zu kriegen, stell es ab. Als wäre es heiß. Stell es ab. Als wäre es heiß. Stell es ab. Als wäre es heiß. Und wenn ein Freund afroamerikanischer Herkunft schräg drauf ist, knall drauf. Als wäre es heiß. Knall drauf. Als wäre es heiß. Knall drauf. Als wäre es heiß. Ich habe die Rolex am Arm und verschütte Champagner. Und ich roll das beste Unkraut. Denn ich habe es drauf. Ich bin ein Genove. Aber das habt ihr alle gewusst. Der große Chefhund. Yeah. Ich muss das tun. Ich habe eine blaue Fahne aus meiner Gesichtstasche hängen. Arm nur auf der linken Seite. Yeah. Das ist die Seite der behinderten Person. Es gibt keine andere Art, das Spiel zu spielen, als meine. Ich beunterbreche so oft. Man könnte meinen, als wäre ich ein Plattenaufleger. Und wenn ich es annehme, siehst du, ich spezialisiere mich aufs Mädchen. Alle Mädchen ziehen sich aus. Also hol deine Freunde. Komm alleine rein. Wir haben hier eine Weltpremiere. Jetzt live. Also wechsel nicht den Sender. Drehen etwas lauter. Ich habe ein Wohnzimmer voller feiner Cent, Mädels. Warte auf den Sofa, den Boden und dem Sessel. Kerle, legt los. Mädels, jetzt geht's los. Wenn der Zuhälter im Haus ist, alte, lass es fallen. Als wäre es heiß, lass es fallen. Als wäre es heiß, lass es fallen. Als wäre es heiß. Wenn die Schweine versuchen, dich zu kriegen, stell es ab. Als wäre es heiß, stell es ab. Als wäre es heiß, stell es ab. Als wäre es heiß. Und wenn ein Freund, afroamerikanischer Herkunft, schräg drauf ist, Knall drauf. Als wäre es heiß, knall drauf. Als wäre es heiß, knall drauf. Als wäre es heiß. Ich habe die Rolex am Arm und verschütte Champagner. Und ich roll das beste Unkraut, denn ich habe es drauf. Ich bin ein böser Junge mit vielen leicht begleiteten Frauen. Fahr mein eigenes Auto, trage meine eigenen Klamotten. Ich bin zäh drauf. Ich bin ein echter Chef. Der große, schnüffelnde Hund, yeah, er ist zu scharf. Im Fernsehen und in den Zeitschriften. Wenn du mir zu nahe kommst, trifft dich der rote Lichtstrahl. Oh, du hast also eine Kanone und willst zurückballern. Eine AK-47. Hör bloß auf, Freund afroamerikanischer Herkunft. Zimentschuhe. Jetzt bin ich am Zug. Deine Familie heult. Jetzt bist du in den Nachrichten. Sie können dich nicht finden. Und jetzt vermissen sie dich. Muss ich dich daran erinnern, dass ich nur hier bin, um dich zu verarschen? Mit der Pistole zu schlagen, einzutauchen und dann umzudrehen. Dann tanz zu dieser verdammten Musik, zu der wir abgehen. Unterstütz uns, Freund afroamerikanischer Herkunft. Und entscheide dich. Baby, komm her. Lass mich sehen, dass du loslassen kannst. Wenn der Zuhälter am Haus ist alte, lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Wenn die Schweine versuchen, dich zu kriegen, stell es ab, als wäre es heiß. Stell es ab, als wäre es heiß. Stell es ab, als wäre es heiß. Und wenn ein Freund afroamerikanischer Herkunft schräg drauf ist, knall drauf, als wäre es heiß. Knall drauf, als wäre es heiß. Knall drauf, als wäre es heiß. Ich habe die Rolex am Arm und verschütte Champagner und ich roll das Beste und Kraut, denn ich hab's drauf. Oh, hallo. Gut, dass ihr schon hier seid. Setzt euch mal hin. Also, setzt euch hin. Nein, nein. Oh, hallo. Gut, dass ihr schon hier seid. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. Also, setzt euch hin. Nein, nein, nein. Schrauben auf den Kopf mit dem Schrauben und schrauben auf. Und ich werde euch auch sagen, dass ihr noch hier seid. In mir steht das Schlügel bei der Karte. Wir sehen uns auch hier seit 1915. Und ich werde euch in der Mitte eine neunische Zander noch nie kommt. Dann ist das Schlügel bei der Karte. Ich werde euch in der Mitte hin. Und ich werde euch in der Mitte nach Zander zu Gast sein. Ich werde euch in dieser Zeit eingefrepen. Und ich werde euch in die Mitte nachenden. Untertitelung des ZDF, 2020